Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megamine, äh, wir sind noch in der Helle und verarmen gerade noch Cov-Covid Storm. Wir haben gerade noch eine Ader dahin gefunden und haben die auch schon abgebaut und dann haben wir die Aufnahme gestartet. U-Bahn ist sicher ab und Lavasee ist böse. Und Jörg ist immer noch woanders. Jörg ist so mag, der mag uns nicht mehr. Da sind wir ganz traurig. Seid ihr denn immer noch im Portal oder was? Naja, wir sind schon lange weg. Hey, wir waren noch nie am Portal. Am Portal war nichts. Da ist alles abgebaut. Da war auch Portal ist die Fester oder was? Naja, fast so. Ja. Man kann sich auf jeden Fall sehen. Oh Mann. Jörg ist mir noch late. Ja, 32 Chunks Renderrate. Läuft bei mir. Freddy, bau hier mal bitte ein bisschen zu. Sonst verbrennt immer alles. Wo? Hier, auf diese Seite. Sonst verbrennt immer alles. Nice zubauen. Einfach noch hier so. Der baut doch nicht weiter ab! Ich weiß. Er hatte übrigens meine Spitzhacke, falls ihr es im letzten Part nicht mitbekommen habt. Und ich habe keine mehr, weil sie kaputt gegangen ist. Ja. Gut, dann haben wir den auch abgebaut. Ich habe jetzt fast, also dreieinhalb Stacks. Ja, ich habe jetzt fast einen ganzen noch dazu. Also fast sechs Stacks. Ich glaube, ich mache jetzt aber erstmal alle zu Dings zu. Blöcken. Ich nehme auch mal ein bisschen Seelen-Sandenflächen. Geil finde ich. Wir müssen ja mal einen Friedhof bauen. Was soll mit Seelen-Sanden auf dem Friedhof? Ich finde den super für Friedhofgräber. Wollen wir einen Dungeon machen? Wo man dann questen kann und wo man Loot bekommt und so einen Scheiß. Ja, unbedingt. Willst du Schaufeln mit? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich komme jetzt mit in die Hölle. Kannst du bitte ein paar Spitzhacken mitbringen aus Eisen und Schaufeln und Holz? Ja. Axt habe ich noch. Axt habe ich noch. Hä, war das der Gang, den du gegraben hast da? Welcher? Der hier vorne. Genau, der ist das. Ich habe Lust, mir irgendwann eine Sauma-Residenz in der Hölle zu bauen für immer. Also weißt du, einen zweiten Wohnsitz. Unbedingt. Wollen wir da hinten jetzt mitnehmen oder wollen wir erstmal... Äh, lass uns erstmal zum Portal gehen und da eine Kiste hinstellen. Äh, Jörg, bring der Ender-Chess mit. Wir haben keine mehr. Fuck! Dann bau welche. Ja. Haben wir Lohnrouten? Nein. Scheiße. Ach ja, stimmt. Die hast du ja alle verbrennen lassen, Jörg, Mensch. Gut gemacht. Danke, Jörg. Sehr nett. Eine normale Kiste will ich da eigentlich nicht hinsetzen. Das können Thomas und die da auch... Ja, aber... Das bringt doch... Moment, du hast hier zwei stehen lassen übrigens. Was willst du mit einer Holzkiste? Für was? Ich will die scheiß Glowstowns sichern, dass die nicht verbrennen, wenn wir reinfallen. Geht halt einer zurück? Ja, ich pack die jetzt zum Dingens. Zum... ähm... Zum Portal. Bist du schon da? Schwierig. Ich geh gerade. Warte, warte mal, warte mal. Scheiße, ich... 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 Ich bringe jetzt... Acht Obsidian mit. Dann holen wir einen Lohnstab und dann machen wir da... Und einen Ender auch, wenn wir noch eins haben. Wir haben zwei. Gut. Dann machen wir da eine Ender-Chess. Ja, okay. Dann müssen wir... Wir müssen halt nur eine Lohe besiegen. Oder besser gesagt, so viel besiegen. Dass wir das hinkriegen. Haben wir eigentlich noch Lohnstab vielleicht in der, äh... Enchanting-Kiste? In der Enchanting-Kiste. Nicht-Enchanting, äh... In der Brauküsse. Ich gucke mal. Was habe ich jetzt alles? Fix, Eisen, ja. Ja, noch 15 Minuten. Essen habt ihr genug? Ja. Ja. Lange. Ja, ich frag noch. Wow, ich bin da fast in den Laden gefangen. Das Pferd knabbert die Pilzkuh an. Pfff. Dein Ernst? Hey, das sind so... Ja, das sah so aus. Das Pferd hatte so eine Mundehunde und den Pilzkuh stand daneben. Warum? Weiß ich nicht, weil er mir Angst macht? Leider hier sind vier Stück. Wollen die Gangbang-Augly feiern? Wäre ich dabei. So haben wir eigentlich in dem Brauraum keinen Crafting-Table. Weiß ich nicht, mach ich mir einfach... Dann fisch ich die Idee. Okay. Weißt du, wie her kam? Kein Plan? Ich hab aber die... Wir sind... Ja, wir sind hier auch rüberge... Dings, äh... Komm mal mit. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ach da. Bist du bei den Zombie-Pigmans? Ich bin in der Höhle. Was für eine Höhle? Keine Ahnung. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Bist du nach rechts gelaufen? Bleib mal stehen einfach. Nein, ich lauf grad hier raus. Ich bin jetzt wieder raus. Ich bin bei Seelensand. Ah, die Höhle ist verschüttet von Seelen-Sand. Auch schön. Mist. Keine Ahnung, wo du bist. Geht doch einfach selber zum Portal. Wir treffen uns da schon. Weißt du nach, wo das Portal ist? Nur, aber ich find's Höhen. Ich hab Koordinaten und so. Ey, ich bin an der Netherfestung. Ja, ich auch. Unter der Netherfestung, besser gesagt. Ich brauch die mal rein. Ich guck mal kurz nach, ob ich hier einen Lohn-Route finde. Ich glaub, ich sehe das Portal schon. Portal ist irgendwo in der Kanalisation wahrscheinlich. Ja, bei Kishi. Ich hab mich grad saumäßig erschreckt, weil irgendein Gasdatan auf mich geschossen hat. Ich hab's nicht gesehen. Ja, der hat mich geschossen. Der schießt doch auf mich. Wo bist du? Gib mal Koordinaten an. Kann nicht grad, ne, Moment. Ähm, minus 150, minus 100 etwa. Warte mal, minus 117, minus 18 bin ich. Ich bin fast in seiner Nähe. Ich brauchst du so einen Screenshot schon mal. Kann ich dir deine Eisentür gemacht? Ja. Achso, du darf, ja. Ja, wunderbar. Ich komme. Warte mal kurz, Freddy. Er schießt einfach so hoch, dass ich seinen Kuh nicht mal treffen kann. Ja. Ich bin ganz in seiner Nähe. Ihr seid da langgegangen, wo wir damals auch langgegangen sind, Freddy, ne? Wir sind bei den Fackeln raus. Also bei dem Loch in der Wand, bei den Fackeln. Ja, genau. Okay. Ich hab den Garst. Der Garst hat grad die Zombie-Pick uns angegriffen. Ah, ich seh dich, bleib mal. Warte mal kurz. Der hat den Superman nicht geprüft. Hallo. Hallo, Jörg. Oh, da seid ihr beide. Das ist übrigens eine ganz schlechte Idee für mich, durch den Nähter zu laufen. Weil... Nein! Nein, 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 nein. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Das war jetzt also meine Glücksspitzhacke. Danke. Ah, scheiße. Hey, Jörg, du brauchst doch nicht in den Nähter kommen. Ich bin schon da. Och nein. Och nö. Och nö. Ich bin im Dschungel. Ist er komplett in Feuer eingegangen, oder? Ja, ich bin direkt in der Lava, bin ich verbrannt. Ähm, hast du vielleicht eine Spitzhacke mitgebracht? Minus 600, minus 800, ne? Ja. Toll, danke. Wo bist du denn? Im Dschungel. Wieso? Weiß ich nicht. Oh, ich hab auch noch direkt Eisen. Danke, Jörg. Willst du es wieder haben? Egal. Hier. Hä, wieso bist du im Dschungel? Keine Ahnung. Hast du ein Badge vielleicht mal abgebaut? Ich hab's noch wieder aufgebaut und drin geschlafen. Wo, oder wo meinst du? Da war noch eine über... Ja, da war noch eine Route dann über. Könnten theoretisch also noch eine machen. Ich kotze, Alter. Ich bin am Arsch der Welt. Ich hasse es. Hm, hab ich sonst irgendwas, was ich ablegen könnte? Dass man keinen Spawn festlegen kann. Das ist so kotzig. Na, man kann es ja. Kann man schon. Aber das ist ja jedes Mal, wenn du im Bett gehst, wieder weg. Naja, wir könnten auch einfach Set Spawn machen. Man kann auch Set Home machen. Ja, das haben wir am Anfang gemacht und das ist genauso. Aber man kann auch Set Home machen. Ja, wenn wir danach irgendwo geschlafen haben. Man kann auch Set Home machen, ja genau. Ja. Ich glaub, man kann auch den Super Spawn setzen. Ich weiß es nicht. Kannst ja nochmal den ansprechen, ob man das nicht machen könnte. Ja, genau. Gute Idee. Hey, Thomas. Danke. Hey, Thomas, können wir nicht wieder rein? Ich bin auch ein Blasen. Hm? Kannst mir wahrscheinlich auch ein Blasen oder denn sein. Ach, hör auf. Nein, das heißt, magst mir ein Blasen. Hallo, Garth. Und das war nur ne Antwort. Das war ne gerechtfertigte Antwort. Willst du mich verarschen? Ich hab die Kugel zurückgeschraubt und trotzdem explodiert. Was ist das für ne Scheiße? Ja, das hab ich auch schon. Guter Server auf jeden Fall. Am schlimmsten Mal. Am schlimmsten Mal. Ich treff die Kugel auch gerade nicht. Als ich gestorben bin. Ich setz mich hinter ne zwei hohe Wand. Will was essen? Bahntot. Voll in die Lava gefetzt. Richtig arschig. Ja, schwimm mal in der Lava, du Typ. Der Garth? Dem nicht die Viecher sind, ne? Ja. Die haben echt ne schlechte KI. Ich komm schon wieder nach Hause, ich bin ausgehobert. Ich komm sowieso nach Hause. Ich brauche, ich finde Freddy schon, ich weiß ja wo der Garth die ganze Zeit hinschießt. Ja, so hab ich Freddy eben auch gefunden. Ist ja schön tief, jetzt kannst du ihn schön weit weghauen. Hab ihn getötet? Ja. Ich hab sogar das Achievement bekommen dafür, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht auf die Dings geschlagen hab. Ich glaub du musst eh nur ein Garth töten. Ich weiß nicht ob... Ne, man muss, man sollte immer seine eigenen Dings töten. Warum krieg ich jetzt nen Eichensetzling im Dschungel? Welche ist ne Eiche? Mein Gott, wo kommen wir denn hier nochmal in dieses Scheiß? In die Festung? Keine Ahnung, ich wollte eigentlich dahin, wo wir waren, um vielleicht noch was abzubauen oder so. Ja. Also in die Festung hab ich ja keine Ahnung mehr. Ich wollte eigentlich in die Festung. Da mussten wir woanders lang gehen, da mussten wir, glaub ich, äh, ein bisschen weiter oben lang. Wie lang haben wir noch? Ähm, neun Minuten. Also zehn Minuten ziemlich nur. Ach, ich hasse es. Ist der denn schon wieder der Typ? Jetzt lauf ich schon wieder vom Spawn nach Hause. Äh, oben links. Rechts, keine Ahnung. Ich bin erst mal versteckt hier. Danke, jetzt bin ich schon mal ins Nähwerk. Schnee? Schnee, ja, Schnee. Ich liebe, ich liebe es Lispeln. Ist das Scott Merkins? Ich hab Diabetes. Willst du mich verarschen? Ah! Jörg, hilf mich! Ich brenne! Ich fäll dich irgendwo so hin. Dass du nicht alles verlierst. Vor allen Dingen, ich renne vor dem Gast weg und er schießt einfach ein Loch in die Wand und ich fall dann da rein. Und dann brenne ich. Wie viel Gast sind denn hier, Jörg? Was machst du denn? Ich mach gar nichts, wie immer. Nein, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Äh, ich hab Angst. Ich fäll dich sterben. Und bevor ich mich hier gerade hinbaue. Das fäll mich auch gerade, wo ich hinlaufe. Ich glaube, der Gast hat gerade einen Zombie-Pigment getötet. Ja, da bin ich gespannt. Ich hab hier eine Ecke gefunden, wo wir gerade Glowstone finden können. Boah, ich bin fast tot, Alter. Aber ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich bin hinter dieser Mauer, sozusagen. Ich bin jetzt wieder bei den Portalen. Ah ja, okay. Also ganz woanders, wo ich bin. Ivo im Meer V2. Die haben hinter dem Portal noch ein Portal. Und hier ist noch eins. Ich geh hier mal durch. Wünsch ich mir Glück, Leute. Wünsch ich dir. Genau, ein Skelett, tschüss, Skelett, tschüss. Okay, jetzt bin ich bei... Bin ich jetzt bei Errol? Nein, du bist bei Dingens. Hier ist Wasser. Ja, sie haben ja gesagt, sie haben fünf Portale, ne? Ich bin mitten im Meer. Gib mal deinen Code an. Ähm. Minus 2100, minus 1300. Das müsste aber noch bei, bei, ähm, Dingens sein. Bei Genschef. Ich sterbe. Ich werde einen Hunger verwecken. Darfst du jedes Mal und kommst auf dem an. Ich habe jetzt aber schon nur noch eine Essenskeule. Huhn. Wenn ich durch Ivo im Meer, also wenn ich dahinter das, äh... Also da sind drei Portale hintereinander. Wenn ich durch das letzte gehe, kommt im zweiten wieder raus. Wenn ich durch das zweite gehe, komme ich dann wie im ersten wieder raus. Wehe es testen. Ich bin jetzt hier ganz in der Festung dran. Die Kiste. Jetzt komme ich... ...wieder genau in dem gleichen draus. Ja. Weizenkörner in der Kiste. Oh, ja. Das lohnt sich doch. Da war wohl schon mal einer. Ein goldene Pferderüstung und drei Diamanten. Da war noch keiner. Ich will die goldene Pferderüstung haben. Du hast eine Eisenpferderüstung. Du hast schon die Silberne. Die ist auch von mir gewesen. Ich habe nicht mal ein Pferd. Du hattest mal eins. Ich hatte mal eins, ja. So, jetzt bin ich ja wieder auf der Insel von, äh... Chest. Gut, ich bin gleich wieder zu Hause. Und ich habe ein Feuerzeug mit. Ich hoffe ich... Nein, Freddy. Nein, na. Ruhig, brauner Pferd. Ich habe Clay gefunden. Clay? Eine Kiste mit einem Sattel. Noch ein Sattel. Eine goldene Rüstung für Pferde. Oh, ja. Eine Kiste für... Eine eiserne Rüstung und zwei Eisenbahnen. Oh, geil. Ich will die goldene haben. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn mich hier noch einer beschützen würde. Ja, wie gesagt, wenn ich wieder da bin, werde ich was fressen und sofort wieder in die Hölle gehen. Mit Equip ein bisschen. Ja, aber das ist erstmal vor, nach Hause zu reisen und dann vielleicht wieder zurückzukommen, weil ich mir gerade... Ich bin gleich zu Hause. Ich bin jetzt, äh, minus 500, minus 600. Ich bin hier gerade am Ding, obwohl ich kann auch einfach wieder in die Hölle gehen, oder? Wenn jetzt irgendwas kommt, was mich angreifen würde, wäre ich tot. Ich habe noch drei... Sind die Tintenfische jetzt auch bunt? Oh, ich habe Tintenfische jetzt. Schick, schick. Schick mal den. Schick mal den Pusch. Was? Schick mal den Pusch. Okay. Mach ich auf Instagram. Alter, wieder Kisten. Oh, ja, ey, geil. Hm, oh, jo. Schleck mal. Noch ein Sattel. Drei Sattel habe ich mit. Alter, wenn du jetzt stirbst. Das ist viel wichtiger als scheiß Glowstone. Glowstone haben wir schon. Habt ihr gesaved, oder was? Ja, ich habe in der Ender Chest jetzt anderthalb Stacks, oder wie viele das waren. Gut, gut. Also Glowstone Blöcke. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, anderthalb Stacks sind jetzt nicht die Welt. Okay, ich kann schon nicht mehr rennen. Aber ich schaff's noch. Ähm. Jörg, wo muss ich lang kommen, um zu dir zu kommen? Ähm, ich sag dir einfach gleich die Koordinaten. Da denkst du, das hilft mir in irgendeiner Weise? Ich weiß auch keine Ahnung mehr, wie ich hier rauskomme. Ein Goldschwert, ein Feuerzeug, ein Feuerzeug nehme ich mal mit. Eisenwaren, Goldwaren nehme ich auch mit. Ach, ein Weizenkorn kann hier wieder rein. Tschüss. Ein Magmaslime, der auf der Kiste sitzt. Pass auf, der ist gefährlich. Die hab ich eben angegriffen. So. Wie ein normaler Slime, der will genau kuscheln. Ja, und die brennen. Alter, ich hab jetzt fünf Sattel. Leck die Wand. Schau, dass man die nicht stacken kann. Ich krieg die nicht alle mit. Ach wohl, die Türen kann ich auch wegschmeißen. Ich würd grad sagen, schmeiß irgendwas, sag scheiß drauf. Hauptsache, du hast den Sattel. Es erwarten brauch ich nicht. Aber Kisch krieg keinen Sattel. Den musst du sich erst verdienen. Alter, warum sind die denn so doof und gucken hier nicht mal so ein bisschen nach, ey? Warum hast du's nicht vorher schon gemacht? Ja, wie gesagt, ich wusste das letztes Mal nicht, dass es ähm... Kisten gibt und dann hab ich das halt irgendwo gelesen. Gut für uns. Und dann hab ich letztes Mal ja auch schon Kisten gefunden, aber da war noch Müll drin. Aber in den Kisten, die ich jetzt gefunden hab... Alter Schwede. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich sag dir mal die Koordinatennummer so ungefähr. Ja. Ich bin bei minus 190, minus 74. Okay, minus 74, da muss ich... ...die Richtung oder... Moment mal, minus 74 muss ich nach da und 190, dann bist du da etwa. Wieso haben wir keine Pfeile mehr? Nein! Ich hab aber mein F3 auf. Und minus 150, minus 77. Alle Mann da rein. Ja, bin unterwegs. Das waren äh... Scheiß, ich hab kein Schwert alles von mir gespawnt. Ich kann... Ich kann nicht ohne Schwert da rein gehen. Nee. Okay. Kurz Schwert machen... Wie viel bin ich das? Minus 150, minus 150, minus 77. Wenn es nicht schnell genug findest, geh runter. Ähm, dann... ...wird der Chunkier nicht mehr geladen. Na minus... Bin ich grad ein bisschen nach da, muss ich jetzt lernen. So schnell konnte ich meinen OP-Apfel nicht machen, ey. Du hast einen dabei? Ja. Also ich hab einen normalen. Ah, normalen, den man mit Goldnagels hat. Mit Goldnagels oder mit Gold, äh, Waren? Waren. Keine Goldblöcke. Der war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, der ist auch echt teuer. Wir haben nicht so viel Gold. Kick auf Gold, wofür brauchen wir das? Grab die einfach irgendwie so hin. Ja, ich bin jetzt bei 100, äh, minus, äh... 177 schonmal? Warst du in der Festung drin? Ja. Ja. Äh, wo, wo bist du denn? Wie bist du denn da reingekommen? Einfach reingegraben. Gib mir nochmal deinen Koordinaten. Minus 150, minus 77. Minus 150, minus 77. Okay, ich... Scheiße, ich bin in Lava gefallen, ich bin in Lava gefallen. Ich bin in Lava gefallen. Ich bin in Lava gefallen. Oh, fuck. Alter, Leute. Hast du wenigstens die Koordinaten davon? Du getrennt, das ist ja egal. Ähm, der Chunk wird nicht geladen. 150, minus 150? Minus 77. Okay, ich lauf da grad hin. Ach, scheiße, Mann. Ich bin da jetzt direkt reingefallen. Muss mir gleich mal ungefähr sagen, wo das war. Ich hab auch keine... Scheiße, ich hab keine Spitzhacke. Ja, da, wo ich dir gerade gesagt hab, minus 150, minus 77. Das ist so ein... Das ist mitten in ne Mauer. Ja, ich... Das war so ein Turm, oder? Ja, klar. Ja, da war ich grad drin. Also, ich war grad fast dran und dann hab ich nicht auf den Boden geachtet und dann bin ich halt direkt in die Lava gefallen. Ich hab auch keine Spitzhacke mehr, fuck. Ja, da nimmst du keine Spitzhacke mehr. Mann, ich bin grad einfach losgelaufen zum Portal. Ich glaub, ich hab den Weg gefunden, wo du reingegangen musst. Ja, vielleicht sollte ich was... Keine Ahnung. Ich hab jetzt keinen Bock noch zu schauen zu connecten, mein auch noch ausgetragen. Minus 150, minus 77. Ah. Okay, ich bin jetzt in der Festung. Ich hab einen Eingang gefunden. Soll ich einfach connecten wieder? Und dann sterben? Weiß nicht. Ja, retten kannst du mich ja sowieso nicht mehr. Okay, ich bin jetzt gleich da. Du warst in der Festung, ich seh das schon. Das ist übrigens ein Mindplex-Server, den ich... keine Ahnung, woher ich den hab. Und Freddy ist tot. Nein, 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 nein! Nein! Ich bin auch schon wieder tot. Ja, ich muss erstmal dich finden, Jörg. Okay, die Zeit ist abgelaufen, ist mir jetzt grade gegangen. Ähm, ich überziehe den Part. Okay, ich werde meinen Part dann hier, weil ich... Grab die einfach so... Achso, du kannst ja nicht in die Wand, ey. Scheiße. Ich bin aber da. Also ich bin in der Festung. Oh, hier ist Lava. Ich bin jetzt minus 166. Ja, minus 150, minus 77. Nestor Stone, ach nee, das ist ja scheiße, das ist ja Brickstone. Ich würde bei Nestor Stone gar nicht mal mit der Hand schnell durchhauen, aber... Ach, alles wieder weg, ich könnte so kotzen, ne? Wo ist das? Warst du hoch oben oder unten? Ach man, ich bin da einfach hoch und runter gelaufen. Deswegen sag ich ja, wenn du eine Spitzherritte hättest, da hätte ich ja noch Hoffnung, aber du wirst nichts finden. Mehr. Welcher Höhe warst du? Die fünf Minuten... Vielleicht noch eine Minute noch. Ja. Minus 144. Ach, cool, du wei. Warum kommt denn da auf die ganze Zeit in der Hölle? Ich habe doch nie einen Writher Skelett gesehen. Nein! Auf einmal kommt ein Writher Skelett. Okay, jetzt ist der Kasse. Ich habe wahrscheinlich eine Eisrüstung gemacht. Alter, ich bin fast genau da, wo du gestorben bist. Ja, dann bau dich durch die Wand. Ich sehe hier ja nichts. Minus 550, minus 77. Das ist so ne... Das war so ein langer Gang und dann kam so eine kleine Hochähne mit einer Treppe oder so. Und dann da in der Ecke war ich. Ich hab's! Noch alles da? Ja, ich sammle gerade alles auf. Ich habe nichts dabei gehabt. Okay, warte, 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 das schmeiß ich weg. Wichtigste sind die Sattel. Alles innere, scheiß ich klar. Und die erwartet gleich noch. Scheiß auf die Waffen. Das weg. Stöcke weg. Das weg. Sattel. Tür weg. 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 Was ist das? Eisernen Pferderüstung. Sattel will ich behalten. Feuerzeug weg. Nein, beiden Schienen weg. Nein. 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 Wollen wir alles nicht. Weg. Nein. Nein. Ich habe alles was wichtig ist. Perfekt. Danke, ey. Oh, jo, geil. Hast du fünf Zettel, ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier. Ja, wenn's vier sind, ist auch egal. Das waren glaube ich fünf, wenn wir das scheiß drauf. Bruchstein weg. Ich sammle auch noch halbwegs deine Rüstung wieder auf. Seelen sind scheiß drauf. Also Hauptsache du hast meine Dia-Sachen, vielleicht noch mein Schwert oder meine Spitzhacke. Ich hab deine Spitzhacke, deine Schaufel, dein Schwert, deine Axt, noch eine Spitzhacke. Ich hab drei Diamanten, vier Sättel, eine Rüstung, zwei Rüstungen, drei Rüstungen. Und ich komm hier nie wieder raus, weil ich keine Ahnung hab wo ich bin. Und ich bin fast tot. Du hast was zu essen. Ich hab mich gerade wieder vollgeheilt. Ähm. Und damit beende ich euch den Part. Haut rein Leute, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.